ja also wie gesagt grafvereinkel wiederkommen und heute wird das erste mal lego fortnet gespielt dafür stecke ich erstmal den router hier in die steckdose also ich habe mir ein wlan kabel im lan kabel gelegt von oben vom router die schreppe runter bis hier rein hierhin habe ich nämlich auch keine 3 mbits mehr sondern 80 mbits was ich hier unten habe stecke ich hier den stecker einfach in die steckdose die 5er steckdose und 8er steckdose an erste konsole xbox an monitor ist schon an erster laptop und jetzt kommt der zweite laptop also den will ich benutzen um zu streamen also ich habe hier eine capture card hier oben ich habe die auch nur reingesteckt hat nichts zu bedeuten und dann will ich den laptop nehmen um zu streamen